Yo, liebe Malonso Gang, heute reagieren wir auf den Nettemann live in Wien. Falls ihr neu seid auf dem Kanal, lasst gerne kostenlos ein Abo da, gerne einen Daumen nach oben. Ja, wir sind kurz vor den 600 Abonnenten. Vielen lieben Dank für euren Krankensupport, Leute. Und ich würde sagen, wir starten rein. Weitere Vorschläge auf jeden Fall in die Kommentare schreiben, Leute. Ganz wichtig, Leute, wir werden uns die Uncut-Version geben. Also ja, bin gespannt drauf. 2 Minuten 50. Let's go! Es gibt Leute, die uns vorschreiben wollen, was wir spielen haben. Die wollen uns ein Blatt negativieren. Wollen euch zeigen, was wir zu haben haben. Wir scheißen auf die Leute. Ja! Schön mit Akzent noch. Cool. Ohne will. Ich kann auf jeden Fall jetzt schon sagen, natürlich die, äh, 2019er Version gefällt mir natürlich viel mehr. Ja, auch von der Stimme her, vom Gesang her, vom Aggressivitätslevel. Gefällt mir die andere Version mehr. Aber, ey, ist trotzdem nice zu sehen. So eine alte Version. Freut mich. Wir sind eingeweiht. Wir sind eingeweihtet, in eine nette Mann von Nehlen. Wir sind in der Königstein. Ich schaue mich an, ich schaue mich an. Wir lassen sich an. Wir lassen sich an. Ich schaue mich an. Wir lassen sich an. Wir hören sich an. Wir machen ein. Es ist ein Antwort, egal an, und jeder kann mich sein. Schau mich an, schau mich an, ich bin das perverse Schwein. Die Kone klingt aber geil. 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 Also auf jeden Fall vielen lieben Dank für den Vorschlag. Ja Leute, schreibt jetzt auf jeden Fall noch in die Kommentare, auf was ich demnächst reagieren soll in einem anderen Reaction Video. Freut mich, dass ihr wieder dabei wart. Teilt gerne den Kanal, Leute. Support ist kein Mord. Ihr motiviert mich natürlich weiterzumachen, wenn der Support stimmt. Und ja Leute, wir werden uns im nächsten Reaction Video sehen. Schlagt gerne weitere Dinge vor. Und haut rein Leute, habt jetzt noch einen positiven Tag.